Wir haben im Warenkopf, jetzt machen wir mal im Schnellverfahren. Was wollen wir da alles nicht? Auf wie viel sind wir eigentlich jetzt? Vergiss, da brauchen wir gar nicht zusammenrechnen. Sera Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, lange hat es gedauert. Das letzte Video war, glaube ich, letzte Woche, vorletzte Woche ein Freitag. Ein BlaBla-Video, ein Comeback-Video. Und jetzt starten wir wieder rein mit einem Shopping-Stream. Wie es in der Streaming-Info schon zu sehen ist, ist heute ein ganz besonderer Tag. Alter, ganz ehrlich. Bitte, wie viel Euro habe ich alleine in den letzten zwei Jahren auf Fahrfahrt schliegen gelassen? 15.000, 20.000, wenn nicht mehr. War immer ein großer Traum, einfach mal gratis. Das ist circa so, wie wenn du da einen Porsche fährst und auf einmal geht Porsche zu dir und sagt, magst du nicht gratis fahren? Das ist schon irgendwie nice. Irgendwann liege ich auf Mykonos und schaue so, wahrscheinlich schon, die weiß ich nicht, wie viel Flasche Infos, schaue so und denke mir, Farfetch, na genau, das ist safe irgendein Scam. Habe einen Monat nicht zurückgeschrieben und danach schaue ich so nochmal und denke mir, fuck, das ist echt. Dann habe ich das irgendwie rausgehandelt und jetzt sind wir da vorne. Jetzt sind wir da. Farfetch gibt mir heute 3.000 Euro, um mit euch gemeinsam hier einen Shopping-Stream zu veranstalten und mir ein paar Dinge auszusuchen. Ich habe tatsächlich mir überlegt, was brauche ich überhaupt, denn in letzter Zeit ist immer mehr und mehr so, ich will irgendwie gar nichts mehr haben, sondern ich habe mehr so das Empfinden, dass ich eh schon zu viel habe. Ich habe mir aber trotzdem ein paar Dinge aufgeschrieben, wie es würde ich für die Volksschule, für die Landschulwoche in der Volksschule, meine Sachen packen. Hemden, Strickpullover, Shirts, Haube, da steht da alles dort. Aber nicht nur ich habe die Freude, hier was zu shoppen, sondern für euch gibt es natürlich auch was. Mit dem Gutscheincode MAX10YOUTUBE kriegt jeder von euch 10% bei der Erstbestellung. Das heißt, jeder von euch, der noch nicht bei Farfetch bestellt hat, kann sich reinpacken in den Warenkopf, was er möchte, gibt dann zum Schluss den Promocode MAX10YOUTUBE ein und spart sich einfach 10%. Ich möchte auf jeden Fall reinschauen bei Vetements und bei Balenciaga, aber ansonsten bin ich überhaupt, also ich lasse mich überraschen. Mir ist vollkommen irrelevant, was da kommt, Hauptsache es gefällt mir. Wenn es ums Thema Shoppen geht, dann ist Farfetch natürlich nicht nur die richtige Adresse, sondern auch der Pre-Drop von MEM nächste Woche Freitag. Gut, wann Trailer, wann Vorstellung. Mittwoch nur die Vorstellung der Kollektion, also nur die Designs. Ich zeige euch noch, ich zeige euch vielleicht zwei fertige Pieces, aber den Rest spare ich mir noch auf. Ich habe zwar schon alles da, aber ich will noch nicht alles zeigen. Nur die Designs und ich erzähle euch die Storyline hinter der Kollektion, so wie wir das von Art Destrukteur schon kennen. Und dann am Freitag von 19 bis 20 Uhr ist der Online-Shop für alle geöffnet und jeder kann sich bestellen, was er möchte. Also bei ein paar Dingen könnte es knapp werden, aber im Normalfall haben wir immer so 30% Kapazität bei den Vorbestellungen und für die ist genug da. Also das geht sich aus. Hose kann knapp werden und ein weißes Shirt kann knapp werden, ansonsten sollte es sich ausgehen. Aber wer sicher gehen will, dass er etwas kriegt, auf jeden Fall reinschauen am Freitag. Da geht man auch nochmal sicher. Und was ich halt cool finde, du kriegst es eine Woche vor allen anderen. Du denkst dir so, haha, der Trailer von MMA Erotica ist gerade rausgekommen, ich schau mir das an. Ja geil, ich trage es schon. So, so ist das halt dann. Okay, genug gequatscht. Wollen wir shoppen? Dein T-Shirt ist nice. Dankeschön. Ich bin da ja natürlich vorbereitet und schon auf Farfetch. Fartech? Darf ich auch nicht sagen, oder? Farfetch. Wisst ihr was? Ich fange mit meinen Lieblingsmarken. Vetements und Balenciaga sind einfach meine Lieblingsmarken und das liegt vermutlich zu 90% an Bersalia. Ich liebe diesen Designer einfach, der macht so nice Sachen und deswegen will ich auf jeden Fall was von Vetements mit dabei haben. Ich finde die Hose sehr cool, aber ich weiß nicht, ob der Fit mir so unbedingt zusagt. Den Hoodie finde ich ganz nice, aber 890 ist halt schon ziemlich viel. Hoodie, jetzt wird es kälter, Freunde. Jacken würden mich auch interessieren. Die Jacke finde ich zum Beispiel ganz cool. 1000 Euro ist natürlich viel für eine Jeansjacke. Ich würde die mal, wir werden das mal mit Stern markieren, so wie immer. Ich checke jetzt auch gerade, wir haben da noch vom letzten Mal ein paar Sachen mit Stern markiert. Ist das? Ja, muss nicht. Die auch fix nicht, weil die hat nie gepasst. Das war immer ein Joker. Die haben wir bestellt, die waren viel zu klein. Die hatten wir, aber ich weiß nicht, ob ich auf die noch so Bock habe. Wir schauen uns dann später noch Sneaker an. Den habe ich mir ja eh gekauft. Brauche ich nicht unbedingt. Das ist ganz okay so, aber frag mal nur die Jacke rein. Ich finde das mit dem Anarchiezeichen ganz nice, aber natürlich deswegen, weil wir sowas ähnliches auch gemacht haben, habe ich ja auch auf meiner Uhr noch. Gut, das X das hier. Das finde ich eigentlich ganz witzig so. World Tour Print, das finde ich ganz cool. Haben Sie das noch in meiner Größe? Ah, okay. Hinten auch Backprint. In L haue ich mal in die Wunschliste rein. Finde ich ganz cool. Chad, was meinst du hier? Ich mag dieses roughe, roughe, diesen roughen Print. Das fand ich immer ganz witzig mit dem Heller, mein Name ist Vettemann. Aber ja, da fett hinten einfach Heller, mein Name ist Vettemann. Finde ich irgendwie ganz nice. Habe ich auch vor kurzem wieder beim Jeff Witte gesehen. Fand ich ganz cool. Was ist das? Vettemann Restricted. Ich mag halt rot auf schwarz geht halt einfach immer. Hemd. Das wäre irgendwie, ich glaube, das ist so mega Oversized. Das ist schon irgendwie cool, oder? Das würde ich mir selber nicht für 780 Euro kaufen, aber Hemden stehen ganz oben auf meiner Liste. Chad, was meinst ihr? Ich finde es irgendwie cool. Das habe ich noch bei niemandem gesehen auch. Vor allem das mit diesem Ärmel und dass das so ein normales Anzughemd eigentlich sein soll. Das hat so was Punkiges an sich. Also ich finde es ganz nice. Ich gebe das mal rein, ja. Viel zu plakativ. Ja, es steht halt fett mit Mauer drauf. Das stimmt schon. Da muss irgendein Print drauf, finde ich. Sonst wäre es zu wenig. Schnitt ist nicht so gut, oder? Das ist halt sehr Oversized. Aber ich finde, ich kann mir das gut vorstellen, wie ich das einfach so ganz locker auf I don't give a fuck einfach so drüber anziehe. So als hätte die Freundin noch schnell das Hemd von ihrem Freund drüber gezogen und hätte jetzt so die Bestellung von Pizzaman entgegengenommen. Wisst ihr, was ich meine? Nur halt auf Mann. Komplett scheiß drauf Look. Finde ich schon irgendwie cool. Den finde ich eigentlich ziemlich nice. Der ist schon cool. Das Hemd ist auch ganz nice so. Hemden brauchen wir unbedingt. Das könnte ich mir auf keinen Fall leisten, weil ich einfach nicht so ein androgyner Typ bin und jetzt umso weniger. Perfekt. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz bei Balenciaga und dann bin ich eh schon durch mit den Marken für heute und dann schauen wir einfach, was kommt. Ich bin für alles offen, Leute. Oh, das ist irgendwie ganz cool. Aber die Ärmel sind mir auch immer etwas zu lang bei Balenciaga. Schaut sich das mal an. Pudi im Distressed Look. Org zerfetzt das Ding. Aber irgendwie nice, oder? Ich weiß, ihr mögt das nicht so mit dem Zerfetzen, aber ich finde das schon sehr, sehr cool. Aber es ist halt dieses normale Clinton-Design. Da hätten wir schon was Neues machen können. So auf reicher Sandler angelehnt. Ja, Leute, mit meinen langen Haaren und dem langen Bart habe ich auch immer wie ein reicher Sandler ausgeschaut, oder nicht? Also von dem her würde es eh passen. Sobald das da übrigens alles auf gleicher Länge ist von der Haartransplantation, wisst ihr, was das Erste ist, was ich mache? Gut. Ja, ansonsten ist eh nicht wirklich was dabei, oder? Hemden. Bin ich gespannt, was wir da so finden. Oha! Einfach ein Hemd mit so, kennt ihr noch von Bench? Kennst ihr das? Das waren so ein bisschen die Ersten, die damit modern geworden sind. Wo du so den Zipp zumachen hast können und dann hast du diesen Klett verschlossen. Vor allem bei den Frauen mit diesen Fleece-Pullovern. Das war extrem modern damals. Ja, auf Prinz Markus angelehnt. Okay, Casablanca. Ich finde das ganz cool. Von Marni, okay. Das finde ich schon ganz nice. Ich mag dieses Würfelprint. So leicht verspielt, das finde ich ganz nice. Empfohlene Größe 52. Die empfehlen mir sogar jetzt schon die Größe. Das finde ich cool. Chat, was meinst ihr? Ich finde das ziemlich nice. Ich gebe das jetzt mal auf die Wunschliste. Hol das MCM von Z, schwarz-weiß geht immer. Safe! Ich mag auch diesen samtigen Stoff, das würde ich auch ganz cool finden. Übrigens von MEM kommt auch ein Hemd raus. Ein Kurzarmhemd, ein richtig nice. Wenn das, ungelogen, ich meine, ich bin voreingenommen, weil es meine Marke ist, aber wenn das da wäre, ich würde sofort sagen, 10 von 10 nehme ich. Es kommt in so einem Neoprenstoff. Schnitt ist Legende. Das Jacquemus-Hemd, das habe ich ja, ich habe das noch einmal angezogen, aber das gehört dem Markus. Das hat er gewonnen. Schade eigentlich. Endless Joy. Ja, das ist mir irgendwie zu, irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht. Das ist irgendwie ganz cool mit den Totenköpfen. Da bin ich wieder dabei. Leute, ich weiß nicht warum, aber Totenköpfe sprechen mich in letzter Zeit so an. Ich glaube, ich sollte einfach ein bisschen mehr bei Philipp Plein und Roberto Gazzini bestellen. Apropos, ihr werdet nicht glauben, auf welcher Party ich nächste Woche bin. Ihr werdet es nicht glauben. Prinz Markus. Nein. Wäre aber auch witzig. Das Casablanca-Hemd, das haben wir bei irgendeinem Rapper gesehen. Das Hemd haben wir bei irgendeinem Rapper gesehen. Mehrere haben schon erraten. Ja, ich bin tatsächlich bei der Opening-Party von Philipp Plein. Ich wurde eingeladen. Und ich musste irgendein Content machen. Gerade ich, der ständig über Philipp Plein schimpft, wird auf die Party eingeladen, oder? Das von Prada in Gelb, das ist schon gestört. Und jetzt stellt euch das mal dazu, die gelben Off-White Air Force. Wow. Das ist wieder so ein Ding, das hängt im Kasten und ziehe ich mich an. Das weiß ich jetzt schon. Passt. Genug geschaut bei den Hemden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zu Strick. Ich war am Anfang letztes Jahr nicht so der Strick-Fan, wo dann alle mit dem Strick auf einmal kamen, bis Aschraf den Strick-Pullover rausgebracht hat. Der war ultra nice, der Strick-Pullover. Also der ist immer noch, den ziehe ich heute noch wirklich gerne an. Ich finde das ganz cool. Isabel Marant, vielleicht spricht man den Namen so aus, habe ich selber noch nicht gehört, aber ich finde den gar nicht mal so bad eigentlich. Schöner Colorway. Du hast den Strick bei Insta doch verkauft. Nein, nein, nein. Den von 6PM nicht. Und ich habe ja noch einen Palm Angel-Strick-Pullover. Kommt mir gerade. Den habe ich nie an. Ganz vergessen, dass ich den habe. Geil. Boah, da freue ich mich. Den kann ich wieder mal anziehen. Das Ding war ja auch ultra gehypt, aber das ist mir zu, weiß ich nicht, asiatisch angehaucht, so ein bisschen. Manche ziehen dann noch so einen fetten Hut dazu an. Casablanca-Strick. Vor allem ist es wurscht, was für eine Marke, wenn es mich anspricht. Ja, da zum Beispiel. Schaut mal, der oder der. Schauen wir uns. Da soll sich der Zukunfts-Max damit ärgern. Der ist ganz nice so. Den, den, den lasse ich mir vielleicht sogar, auch wenn es dieses klassische Off-White-Kreuz ist, aber der ist ganz cool, weil der irgendwie schlicht ist. Ja, keine Ahnung. Geh mal rein. Scheiß drauf. Lara schickt mir noch was. Was sagt es zu dem? Der ist cool. Der ist nice. Der ist genauso, wie ich es mir, wie ich am Anfang gesagt habe, das wäre nice. Der ist schon cool. Chat, was sagt es ihr? 10 von 10. Okay, passt. Shirts kann man nie genug haben so. Ich glaube, ich habe irgendein Shirt von Wettmauer drin, das reicht eigentlich. Aber Shirts zieht man halt öfter an. Das ist cool. Aber der Schnitt ist so weird, oder? Bei Alexander McQueen. Wenn ich das so ein bisschen oversized nehme, was trägt denn das Model? Empfohlen in der Größe XL. Perfekt. Das finde ich cool, das nehme ich. Ich habe noch nichts von Alexander McQueen, aber wird anscheinend mein erstes Piece. Hütte und Mützen. Ah ja, das heißt ja, Mütze in Deutschland. Einfach eine schlichte, was das witzig ist. Nein, mit so einer Sonnenbrille, wie lustig ist das? Prada-Haube würde ich auch ganz nice finden. Okay, ja, das ist mal zu sehr Fischer-Mützen-mäßig, das ist übertrieben mit dieser Tasche. Wobei, du kannst was reingeben, es schaut halt super blöd aus. Da ist nichts für mich dabei. Okay, Haube mache ich mir einfach eine von M&M. Band. Dann gehen wir da Marcella ein. Ich habe vorher schon mal gestöbert, eh schon vor ein paar Monaten. Weil das ist ganz cool, ich trage immer nur diese Anna-Armbänder und ich glaube, links zusätzlich zur Uhr wäre so ein Wandel noch ganz cool. Sowas in die Richtung fände ich ganz cool. Nicht in Gold oder Bicolor. So, die da fände ich ganz nice oder halt wirklich in Gold. Ich hau das jetzt mal rein. So, jetzt geht's ab, Freunde. Jetzt wird's ernst. Wir haben im Warenkopf, jetzt machen wir mal im Schnellverfahren. Was wollen wir da alles nicht? Die Haube will ich nicht. Auf wie viel sind wir eigentlich jetzt? Vergiss, da brauchen wir gar nicht zusammenrechnen. Die Jacke gehen wir weg. Die taugt mir irgendwie eh nicht so. Passt, perfekt. Okay, das war's von diesem Shopping-Stream, Freunde. Wenn's euch gut gefallen hat, lasst euch auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann am Sonntag wieder mit einer Ausgabe von Offenheit oder Nike. Lange hat's gedauert, eine besondere Ausgabe. Wir verschenken diesmal Nike. Danks, also seid ihr unbedingt am Start und Mittwoch ist schon zu weit. In diesem Sinne, das war's von mir, euer Maximilian.